Hallo Jungs, hallo liebe SCP 07 Fans. Willkommen bei 1 gegen 1. Es ist Zeit für das wahrscheinlich nicht größte und härteste Duell, das der deutsche Fußball jemals gesehen hat. Marcel Mehlem gegen Marcel Hoffmeier. Und ich habe gute Nachrichten für euch. Ihr dürft heute euer inneres Kind wieder rauslassen. Aber passt auf, das Fundament muss stimmen. Ihr zwei, ihr kennt den SC Paderborn. Hier wird nicht gekleckert, sondern geklotzt. Alles baut aufeinander auf. Und steckt man sie richtig zusammen, bilden Einzelteile gleich ein ganzes Zuhause. Deswegen lautet eure Aufgabe auch, baut die Home Deluxe Arena nach. Mit den vor euch liegenden Klemmsteinen. Dafür habt ihr 5 Minuten Zeit. Alles klar? Dann los geht's. Oh Gott, Home Deluxe Arena nachbauen. Wo fange ich gerade an? Ja. Das ist eine gute Sache. Ja, da muss ich auch bein. So lange Zeit haben wir auch nicht. 5 Minuten, da müsste man schon was dinkriegen. Ich hoffe, das wird was. 5 Minuten ist aber knapp. Wenn wir 10 Minuten draus machen. Guck nicht. Fangen wir mal an, ne? 4 Minuten. Junge, das fährt ja wild hier, ey. Wie willst du hier auch eine Deluxe Arena bauen, ey? Ich bekomm das eine Teil nicht mehr raus. Ich muss klopfen, ich muss klopfen. Ich werde mehr wild, ich werde mehr wild. Noch 3 Minuten. Boah. Wie fehlt ein Graus? Das gibt es, wir kommen beide... Ah, ne. Bei dir ist alles, außer die Home Deluxe Arena. Ja, was darf man bei dir, Mann? Junge, mein Mist, ich mixe noch farblich, ich farblich sortiere ein bisschen. Ja, das ist dein Problem am Ende des Tages. Eine Minute noch. Skandal, ne? Äh, boah, super Idee hab ich gemacht. Meint ihr was? Was wildes? Mach ich mal etwas wildes? Ich muss ehrlich sagen, meins ist top. Meins ist super. Das, das erkennt man ja gar nicht. Junge, das darf von VIP-Bereich. Was könnte das hier sein? Dass man nicht so hinterbauen kann, ne? Das ist ja gut. Hier der Kapo. Die Zeit ist vorbei, zeigt mal her. Ja, das kann sich doch schon mal sehen lassen. Danke fürs Mitmachen. Liebe SCP-07-Fans, jetzt seid ihr gefragt. Welcher von den beiden hat die Challenge am besten gelöst? Marcel Mehlem oder Marcel Hoffmeier? Ich bin auf jeden Fall gespannt, für wen ihr euch entscheidet. Stimmt ab in den Kommentaren. Hallo. Schaubbeist. Jörg'jörg'jörg'jörg'jörg'jörg'jörg'jörg'jörg'jörg'jörg'jörg'jörg'jörg'jörg'.